Das mache ich wirklich, wenn mir nichts anderes mehr übrig bleibt. In der Uhr liegt die Kraft. Wo ist der Champion? Hier! Nein. Du bist der Champion. Ich will gegen dich kämpfen. Du Wurm, wieso soll ich gegen dich kämpfen? Ein Sieg gegen dich bringt keine Ehre. Tarok sagt dir, wann du so weit bist. Später ist noch genug Zeit zum Reden. Mortis ist besiegt. Jetzt bist du der stärkste Mensch in meiner Arena. Der stärkste Mensch hat viel gemacht. Nur wenige Menschen haben es so weit geschafft wie du. Ich will gegen den Besten antreten. Du hast Mut, du forderst Otsa. Der wird zu dir in den Ring kommen. Wenn du diesen Kampf gewinnst, bist du mein Champion. Oh geil. Nee, das muss ich mir aufschreiben. Ja, ungefähr eine Stunde 20. Nee, das schreibe ich mir auf. Stunde 20 ungefähr. Der fliegende Mühlenstein. Nice. Oh, ich liebe diese Bugs. Ich liebe sie. Jo, guck mal, wie stark ich bin. Das ist die Macht eines Jedi-Ritter. Möge die Macht mit dir sein, mein Freund. Möge die Macht mit dir sein. Niemand besiegt mich, Mortis.